Frenkel Frotzelt präsentiert Mohnes Let's Play Journey of A Roach Der Insekten-Simulator So, Tag ihr Nasenbären, da bin ich wieder bei meinem Mini-Let's Play zu Journey of A Roach Gibt's da noch irgendwas, was da rumliegt, was ich nehmen kann? Achso? Okay, jetzt hab ich's geschnallt. Kommst du nicht hin? Ja, dann sag ich mal da hoch. Halt, stopp! Dann sag ich mal da hoch. Nein, 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 nein. Jetzt. Faden, juhuhe! Kann ich noch hier was angrapschen? Ach nee, das war die Ding, okay. Pass auf, Faden. Doch! Doch, da tust du jetzt den Faden rein. Könnte ich so ja schwatten, ne? Die kleine Kakerlake. Sieht zwar niedlich aus, aber könnte ich schwatten. Okay, mach mal so. Und jetzt? Los, rein da! So, jetzt gucken wir hier nochmal, was war da noch? Das hab ich schon angeklotzt. Das auch, da weiß ich nichts zu machen. Das hab ich auch schon irgendwie angeguckt. Die da oben krieg ich nicht. Ja, ja, Herzen. Haha. Was ist denn noch? Das war's eigentlich, ne? Ich glaub, da ist nichts mehr. Ah, da war noch was. Da hat er aufgeblinkt. Oder hab ich mich selber verarscht? Ja, ich hab mich selber verarscht. Ah, okay. Komm jetzt noch raus! Komm! Kille, Kille mach ich! Kille, Kille! Kille, Kille! Was soll ich denn da jetzt reintun, äh? Ach, das war's jetzt hier schon. Kann ich nichts mehr machen. Na, äh. Gibt's da noch was? Ja, da müssen die blöden Viecher rein. Weiß ich schon. Was soll ich denn da jetzt nähen? Ja, aua. Das Teil hier will ich jetzt mal raus haben. Doch. Steh drauf. Das kannst du ruhig nehmen hier, Alter. Komm. Mama, hier keine Molli. Äh. Sonst wird die Mama sauer. Und dann funkt's, ey. Aber gewaltig hier. Oh, es hat so gut angefangen. Und Bumsfallerer. Geht gar nichts mehr. Du musst die Wolle nehmen und in den Topf tun. Ja, ja. Das hab ich, glaub ich, alle schon mal versucht, da reinzutun, oder? Kann das sein? Dö. Nein. Ich müsste irgendwas anderes noch nehmen, ne? Was ist da vielleicht... Was ist denn da noch? Ja, an die komm ich nicht ran. Ach, Leute, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Dann werd ich ja irre. Geht noch was mit der Tür? Komm, mach auf. Kann ich da nicht rein? Oh, jetzt kann ich vielleicht rein. Jetzt warte mal. Jetzt geh ich da noch mal die Decke hoch. Ich geh jetzt hier aber mal sowas von die Decke hoch, ey. Los. Falsche Richtung. Arsch. Ja, komm. Da kannst du jetzt nicht runtergehen, oder was? Oder wie? Hä? Komm. Kein Quatsch. Also, das ist ja ein bisschen unrealistisch, ne? Wenn die Kakerlake wirklich irgendwo rauf und runter eiern kann und dann kannst du es plötzlich doch nicht mehr. Ja. 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 Kripp, Baba, Nachts, halb zwei, äh, halb eins, halb drei, ist mir doch wurscht. Ah, es geht denn da nicht alles. Ah, ich bin auch genervt. Nicht nur du. Mann. Kannst du sagen, es ist nur ein Mini-Let's Play, ey. Und nicht irgendwie so was Größeres, Längeres, weil das wäre ganz schön langwierig, Leute. Warte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß, da muss was rein. Ich hab aber nichts mehr. Ich kann doch das Zeug da nicht reintun. Das ist doch Quatsch. Ich hätte diese Raupe vorhin nicht essen sollen, ne? Wolle ich da irgendwas drauf tun? Na, probier mal einfach mal alles mit allem, ne? Was denn? Das würde doch gut passen da, das blöde Flugzeug. Mann, ey, und das Ding hier muss doch auch irgendwann mal müde werden, oder? Kann ich doch so schnappen, wenn die da sitzt. Erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts. Hopp, bleib stehen. Oh. Das Netz kann ich jetzt auch nicht mehr nehmen. Warum eigentlich? Soll ich nochmal wieder zurückgehen zu meinem Kumpel? Brauche ich hier was? Das wäre natürlich ultra fies, ne? Ja, ich weiß, da ist er runtergefallen, ihr arme Sau. Guck mal, ist da noch irgendwas? Hab ich was vergessen? Nee. Ich glaub, hier hab ich echt alles abgegrast, ne? Ja. Oh, Mann, oh, ey. Ist nichts, was ich machen kann. Ich glaube, ich hab gerade einen totalen Albtraum, ey. Das kann doch echt nicht wahr sein. Och, Oma, jetzt helf halt mit, ey. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, will sie nicht. Einfach so, als wären das hier die komischen Käfer. Und tu die da rein. Ah, ah, da ist drin. Da ist drin. Los, geh hin. Oh, Jesus. Wo ist er denn? Lalalala. Aha. Lalalala. Aha. Was hat man da? So eine Dose essen. Ja, das machen wir jetzt mal. Damit mache ich jetzt die Dose auf. Ich bin sowas von oberschlaui. Ha, da glotzt er blöd. Ja. Ja. Ja, ich bin so wahnsinnig schlau. So, komm her. Rय damit. Komm, komm her. Zack. Hab ich. Ah ja, Tantemone hat's doch noch drauf, ne? Halbwegs. Rein da. Lalalala. Jetzt fehlt noch die blöde, die so rumfliegt, ne? So, jetzt pass auf, ey. Ich kriege auch noch. So, und jetzt sage ich dir, was ich da mitmache. Oh, jetzt die komische Maus. Da? Hier? Nee, doch nicht. Das da? Hier? Guck mal her. Kann ich das wieder mitnehmen? Ja, ist echt eklig. Okay, machen wir mal keinen Quatsch. Äh, irgendwas müssen wir ja noch in diesen Farbeimer tunken da, ne? Das? Nö? Das da? Na komm, irgendwas muss doch in den Farbeimer. Mal miteinander irgendwas klicken, hab ich ja noch gar nicht gemacht. Ja, wieder zurück. Nö. Ah, komm. Nö. Ähm. Okay. Jetzt hab ich's doch fast. Oder? Jetzt sind sie doch fast alle da drin. Wo ist jetzt die blöde letzte Mucke? Was zeigt er denn da an? Eigentlich. Das hat sich, glaube ich, erledigt, ne? Ach ja, okay. Wenn ich's nimmer benutzen kann, dann ist es rum. Wahrscheinlich muss ich mich nur irgendwie blöd da draufstellen. Jetzt. 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 Blödes Vieh. Doch. Du sollst es machen. Das ist aber das Einzige, was mir noch fehlt. Ah. Äh. Hallöchen. Komm. Äh. Äh. Ja, dem ist jetzt Fatma. Autsch. Und jetzt? Wohin? Durchbruch? Juhu. Da wollte ich eh die ganze Zeit schon hin. Komm. Das kann ich schon auch nehmen. Ja, kommst du nicht hin. Schon klar. Blablö. So, was haben wir denn hier? The Basin. Ist es gewesen? Komm her. Genau. Und dann nehmen wir jetzt... Weiß ich schon. Hier, komm. Kannst du mich nicht verarschen. Okay, das ist natürlich ein Quatsch. Weil? Hab ich ja da. Datta, komm da rein. Komm her. Dann hab ich... Oh, das ist ja fies. Jetzt muss ich mir da noch... Nee, Quatsch. Dann nehm ich das da noch. Ja. Und du kommst da rein. Die muss ich... ...miteinander verbinden. Komm jetzt. Komm jetzt. Willst du nicht? Oder was? Kannst du nicht oder willst du nicht? Nehme ich doch das. Ha! Das war's schon. Hallo? Geh auf. Ey, das hat doch gepasst. Da fehlt noch was. Das verstehe ich jetzt nicht. Achso, da kann ich irgendwas rein tun. Nö. Kann ich eben nicht. Ja. Äh, ja. Also für mich hätte hier das Flugzeug... Dann brauch ich jetzt noch diesen blöden Hintergrund. Was ist das da da? Also das verstehe ich ja mal, wer will. Machen wir hier mal aus. Oh. Da fehlt mir noch was. Ja, da fehlt mir noch was. Ist mir schon klar. Das ist schon ganz schön knifflig hier. Die Grafik ist zwar echt süß und auch die Kakerlake ist eigentlich nett, obwohl ich die Viecher natürlich auch jetzt nicht so prickelnd finde. Aber jetzt schauen wir mal. Ja, was soll ich da jetzt reintun? Waschmittel. So, und nun? Jetzt habe ich irgendwas gewaschen. Ja, mach auf. Hallo? Soll ich da was reintun? Nö. Das da? Nein? Die Handschuhe? Also irgendwas stimmt da aber noch. Okay, die kann ich anziehen. Ha. Ja, gehen wir mal da hin. Kann ich das nicht aufmachen? Na komm, das kann ich doch aufmachen. Das muss doch gehen. Die muss sich damit anfassen, ne? Weil die nämlich so fies ist. Muss ich noch mal gucken. Ist da noch irgendwas? Nö. Die ist jetzt da drin. Ja. Ich kann nicht... Ich kann es leider nicht lesen. So, ich glaube jetzt sind wir auch schon wieder am Ende bei irgendeiner Folge. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich jetzt ciao, ciao.